An den Küsten ziehen wir hier auf Norderney Regenschauer durch und das nicht nur tagsüber. Wettermaps zeigt, wie sich auch nachts immer wieder Schauer über dem Meer entwickeln und die Küste streifen, während es im Landesinnern überwiegend trocken bleibt. Dieses Phänomen ist typisch für die derzeitige Wetterlage, bei der sich in etwa 5000 Meter Höhe minus 25 Grad eisige Luft über Norddeutschland schiebt. Gleichzeitig ist das Wasser von Nord- und Ostsee noch richtig warm. Verbreitet sind es um 20 Grad. Diese großen Temperaturunterschiede zwischen dem Meerwasser und den höheren Luftschichten sind der Auslöser für Schauer, aber auch Gewitter. Eine weitere Folge der großen Gegensätze sind solche Wasserhosen über dem Meer, die Richtung Herbst immer häufiger werden und nichts anderes als Tornados über Wasser sind.